Hallo und herzlich willkommen zurück. Während das hier gerade lädt kann ich euch sagen, wir sind in der nächsten Koop-Motion, Feuer auf dem Himmel, und einer von uns muss jetzt fliegen und der andere muss schießen. Ich bin gespannt, wie wir uns hier schlagen. Okay, aber ich brauche eine andere Ansicht. Ja, ich weiß schon. Ich konnte das mal echt gut eigentlich. Aber die Tage sind wohl schon etwas länger her. Warte, ich muss erst wieder reinkommen. Frechlich bitte, bitte. Oh oh, nein! Soll ich vielleicht fliegen? Wenn du es kannst schon. Ich konnte es mal echt gut, also richtig gut. Ohne Scheiß. Du musst dich ja das ganze Zeug mal hosten. Echt? Ja. Weil immer der das hostet, ist quasi Spieler 1. Nicht immer. Sehen wir gleich, ob ich jetzt wieder Pilot bin. Falls ja, probiere es noch einmal, wenn nicht brechen wir ab. Und nehmen es einfach gar nicht. Die Aufnahme, hehe. Okay, jetzt bring jetzt an. Süße, das wechselt nämlich schon ab. So, okay. Ja, dann probieren wir es jetzt. Ich kann auch gar nicht schießen. Okay, jetzt da. Die Mission mag ich eigentlich relativ gern. Allerdings hab ich mal hier gesehen, dass ich hier angekommen wollte. Mach das aber präzise. Ich glaub das aber nur bei... ... bei... ... bei... ... X-Rox. Okay. Ach, ich glaub wir müssen die Dinger hier exekotieren. Ja. Eher eskortieren. Ja. Eher eskortieren. Ne, ne. Scheiße, ich hab die Feuerwehr vor dabei. Ich schäm mich ja grad ein bisschen, wie ich geflogen bin. Ich konnte das echt mal richtig gut, wie gesagt. Aber als Schütze war ich auch nicht immer ganz scheiße. So. Du kannst mit Raketen schießen, gell? Ja. Genau. Jetzt müssen wir glaub ich den Truppen dann auch mal bald helfen. Gegen die Soldaten. Kontakt von allen Seiten, erbitten Feuer, unter Klautung! Ich glaub jetzt dann. Geh mal dahin zu den Soldaten. Hier ist 2-0. Brauchte Fahrt, Feuer, unter Klautung! Feuer, unter Klautung! Und ihr Herren, können uns erst. Hast ihr das verstanden? Echt? Ich weiß was von uns. Du siehst. Was? Wie? Waaas? Waaas? Waren wir echt so schlecht? Äh... Sieht so aus. Sind die echt alle drauf gegangen? Läuft! Kann doch gar nicht sein. Hä? Was? Ich bin grad echt verwirrt. Wieso? Äh... Naja... Sag rum. Ja. Ah, zum Glück fliext du wieder. Sonst hätten wir gleich wieder abbrechen können. Ich hätte mich gleich umgebracht. Kann ich auch. Kannst du ja, aber wäre nicht so förderlich. Ja. Ah. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh. Yeah. Ja, ja. Ja, ich sollte wissen, ob das halbwegs nicht mehr ist. Begrenztes. Ja. Ja. Aber... Pfff... Also ein paar hundert Meter machen die glaube ich schon noch außen rum um ihr Gebiet dann immer in Battlefield. Ja, aber trotzdem. Du kannst halt halt... Du kannst theoretisch umfliegen, aber im Mediatek schlupst du doch eh nur. Ja. Schieß mal auf so ne ganz normale Bude, ob die kaputt ist dann. So ein ganz normales Haus. Ja. Geil. Kann ich leider. Oder zwei. Ja. Ähm. Wo... Hier irgendwo spawnst du gleich das Morserteam, oder? Jupp. Weißt du wo genau? Nein. Doch, dahin. Okay, die hast du geblattet. Alter. Auf, 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 auf. Wow. Alter. Das war gar nicht mal so unknapp. Okay. Nein. Ich hab nicht erwischt. Aber mit einem müssten die doch klarkommen. Ganz ehrlich. Wie viele Mürfeuer ausgestattet haben. Das ist ja lachhaft. Nimm einfach das ganze Haus hoch, schieß da mal in die Mauern rein hier. Einfach in diese Hitte. Genau. Ich glaub da ist irgendetwas. Ich glaub da ist irgendetwas. Alter. Das hat mir wächst. Ich hab grad richtig heftige Lacks. Lacks? Ja. Das hat... Das hat richtig heftig verzogen. Ja, war da. Hast du noch ein Ultra? Ja. Ja, ja. Aber das liegt eher an... Irgendwie... Irgendwie... Du hattest ja vorhin die ganze Zeit Disconnect. Ähm... Und ich denk das liegt... Also... Es liegt nicht an meinen... Irgendwie an meiner Hardware. Aber es lag halt ein bisschen. Es... Also es war vorhin noch nicht so. Was sind denn die? Da. Wir brauchen sofort Feuerunterstützung! Wow! Alter. Ich weiß nicht, dass ich den Krieg... Also... Oh. Es wär richtig, richtig ironisch gewesen, wenn ich... Wenn wir irgendwie jetzt verreckt wären. Japp. Ich hätte dich geschlagen. Aber das ist jetzt nicht so perfekt. Die Feuerunterstützung. Das Feuer ist schön. Oh. Ich hab schön die Tankstelle hochgenommen noch. Ich find das aber cool, wenn die explodiert. Ähm... Ach, und da hinten. Flick da hinten. Wir sind viel zu weit weg, um die zu treffen. Und... Mach ich... Und... Drück auch immer schon Q. Ach, du machst das, oder? Ja. Kannst du auch. Okay... Ja. Hier zwei... Aha. Warte, ich brauche nochmal einen Anflug. Das ist ein Tassi. Das ist ein D. Boah, was machst du? Ich weiß, wie ich das Ding krieg. Das dachte ich früher auch von mir. Ja. Ja, aber ich hab da... Also ich hab glaub mit dem Spiel... 141 Spiel... Oh. GMP. Äh... Ja. 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 Nee, ich hab ne MP7. Du musst da drauf schießen. Du musst auch drauf schießen. Ich krieg den sonst nicht down. Schnell. Woher weiß der das? Dass der kaputt ist? Ja. Mit dem Fandlas. Ja, aber schau mal, wo die sind und schau mal, wo wir sind. Alpha könnte es vielleicht gesehen haben, aber... Naja, egal. Ja, vielleicht haben die irgendwelche Satelliten oder so. So, äh... Militärsatelliten. Oder sie haben es einfach vom Hubschrauber gesehen. Da gibt es noch andere Hubschrauber außer uns. Ich kann den niemals treffen, wenn du so fliegst. Das ist viel zu hektisch. Wo ist der andere jetzt? Alter, nicht so tief! Und selbst wenn du es kannst, ich kann da nicht zielen, wenn du so tief fliegst. Das geht nicht, da. Das mag vielleicht cool aussehen. Okay, guck dich aus. Aber. Was? Guck dich aus. So. Ich muss erst noch welche entdecken. Wie ist denn dann weg? Ja, ich sehe auch keinen mehr. Was bringt... Das Q bringt aber nur was, wenn wirklich auch welche gerade da vor dir sind, oder? Jaja. Ähm, also damit... damit... Okay, da ist das. Erkettet die automatisch. Ja. Ach ne, jetzt lädt er nach. Nein, 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 nein. Alter, nein! Jetzt bist du zu risikoreich geflogen, ne? Ich bin gegen den Baum geflogen. Ja. Genau deshalb nicht so tief fliegen, bitte. Ja, aber schau mal, ich kann nicht höher. Ich kann... Ich kann nicht so gut wie überhaupt nicht höher. Hm. Alter, es gibt keine Checkpoints? Nein. Geiler Koop. Ist überall so. Wie gesagt, egal wie oft wir es probieren, wir machen pro Folge immer eine Mission. Und... Benenne ich dann auch in dem Videotitel gleich. Also das ist jetzt ja Operation Firestorm, glaube ich. Nein, das ist ja... Oh. Feuer vom Himmel. Ah, ja, stimmt. Sag mal bitte was... Ist das so ein Problem? Ja. Kannst du bitte mal den Wasserturm hier umschießen? Das sieht cool aus. Puppenschießen, nicht reinfliegen, ne? Genau. Ja, ich wollte nur zeigen, ob das umfällt. Ja. Wenn aber nicht. 28. Ja, weißt du, ich muss es ja mal filmen. Ja, komm, schieß was. Wo denn? Achso. Du musst da schon mit Raketen drauf, ne? Obwohl... Nee. Gegen... Okay, jetzt konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Okay, also wir erst kommen die Mäuse. Ja. Ja, eine. Achso, ob, 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 ob sie das mal so abkommen. Ach, nein... Der Typ ist so ein Opfer mit seinem Campingwagen, ey. Ich will immer, dass der Wagen auch noch explodiert. Sonst ist das für ein Arsch. Wir müssen rüber zum Feld. Das sind doch die Soldaten. Schnell. Ah, das ist das Magazin leer. Ich fände es cool, wenn man, äh, die Positionen mitten im Kampf rum tauschen könnte. Dass ich jetzt auf einmal fliege oder so. Wäre zwar nicht wirklich förderlich. War das auch geplant? Was zum Teufel, ey. Was sind das bitte für Soldaten? Für das sind wir da. Für keine blöden Flugmanöver, sondern für Effizienz. Kannst du es besser? Nein. Aber du hast diesmal nur Scheiße gemacht. Das hat schon bei den Wassertürmen angefangen. Ja, du wolltest es. Ich wollte aber nur einen. Du hast den zweiten noch gemacht. Na gut, aber das war's. Schau mal. Ich bin die Steuerung. Nein. Also ich fliege das Ding einfach so, wie ich es im Multiplayer füllen würde. Mhm. Und das weckt grad gellermaßen. Es wird ja ungefähr 10 Sekunden mal schlicht so gewartet. Okay. Ja, diesmal schaffen wir es. Komm. Wäre ganz gut. Kannst du eigentlich in der Luft auch stehen bleiben? Also fast stehen bleiben. Genau, dass ich mal hier ganz rück. Genau. Und gleich mal dahin, wo die Camper entstehen. Ich glaube hier. Das ist seine. Das ist seine Hood. Bekommst du dazu hin? Ja. Geht noch nicht jetzt. Das ist überlassen, sonst sind sie wieder nicht. Ich hab schon mal seine beiden Autos angezündet. Okay. Wir rücken jetzt vor. Los. Komm nach hinten. Achtung! Ziel am Boden! Okay und der andere. Ziel am Boden! Gut. Die Autos von dem Scheißtau. Wir brauchen sofort Feuer und Dr. Frank! Okay, jetzt da die Wälder. Haben wir irgendeine bekommen? Kontakt von allen Seiten! Er bitte Feuer und Dr. Frank! Okay, jetzt schnell drehen. Jetzt müssen wir zu dem Haus. Wir brauchen sofort Feuer und Dr. Frank! Woher schießen die denn überhaupt? Menschen zu China! Was? 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 Okay, warte mal. Da oben. Die sind jetzt meistens auf dem Hausdach. Die Typen. Wir ersten tief in den Wald. Naja... Okay, ja... Ich geh mal ein paar Raketen hier in das Lager rein. Das da ausgerechnet ist. In das hier. Ne? Ja, na egal. Ich seh nicht, warum ich schießt, dass er ist. Ja. Ist grad relativ perfekt für mich so zum Schießen. Okay. Wo ist die nächste Front? Müssen wir nicht vorbekommen. Ja. Also hier hatten wir jetzt wirklich Teamplayer. Musst ihr hier wirklich machen. Also hier haben sie gut zusammenarbeiten können. Kommt, Jens. Nicht so viel. Ah, fuck. Wieso? Ich muss ja da... Ja, aber wenn wir tun, die Verlösten steht, wenn wir sich raus auf die Spitze lassen. Mach ich eigentlich nicht. Mach ich eigentlich nicht. Aber du machst es ja, ich seh das dann auch, weißt? Ja trotzdem, aber du kannst es auch machen, weil dann sind mehr Gegner. Könnte ich ja. Das funktioniert das bei mir irgendwie nicht. Vielleicht habe ich das auf einer anderen Taste, kann das sein? Ich weiß es nicht. Einmal draufklicken, oder? Während ich in die Richtung schaue. Ja. Alter, ich seh gar nicht, wo die Schüsse herkommen, weil da unten ist so viel Rauch. Ich hoffe, ich habe ein paar erwischt. Da ist da einer. Ich weiß nicht, ob ich da erwischt habe, weil hier so viel Rauch ist. Naja. Das sind unsere. Aber der nicht, der nicht, der nicht. Alles ist nur Feuer, okay. Ach, die BNPs. Ja. Der drückt immer gute Nachlagen. Ah. BNP rückt in unsere Richtung. Hör uns nach. Naubere Treffer. Ja. Okay, gut. Ähm. Was ist das nächste zu tun? So weit waren wir vorhin, ne? Äh, jetzt kommt, glaube ich, vielleicht die Flughafrequenz. Glaube ich. Na, ich komme noch aus diesen Höhlen da hinten welche raus. Also ist das in Garagen oder was ist das in... Oh, oh. Panzerfaust wieder einfach. Oh, der hat sich überlebt, der Gunzer. Und ich kann mich nicht so viel drehen. Du musst umdrehen. Ja, erledigt. Sehr gut. Okay. Wo geht's weiter? Oder müssen wir gerade... Oder müssen wir gerade... Oder... Achso, wir müssen noch... Typenkill, ne, da? Ich... Ich seh grad... Gar keine... Ah, doch hier. Okay. Was war's? Evolution. Evolution. Oh, warte, das gibt's hier noch gar nicht. Okay, also. Tobi dich... Tobi dich da gleich aus an den Panzern. Jep. Oh, oh. BMPs sind für uns nicht gefährlich, aber für die Soldaten, ne? Und die Flugabwehr sind halt für uns gefährlich. Und müssen zerstört werden. Genau. Ah. Diese 30 Schuss, umai. Ach, kacke. Ah, kacke. Ich glaube, ich muss da auch nicht mehr treffen, die Soldaten. Die fallen auch mal mal so tot um. Das reicht mal mal schon. So, angeblich sind die ja da unten Soldaten. Obwohl die nicht mehr so abnehmen würde. Ja, das ist ein paar. Eintagsfliegen. So, es wird in keinem Baum fliegen, wir sind schon relativ weit. Ja. Und hoffentlich auch kein Disconnect oder so'n Scheiß. Jetzt kommen da noch bald von da hinten welche Gefahren, also. Alter, wie du mich wegschubst. Ähm, entweder willst du eindringen. Das Problem ist nur, wie wollen wir da bitte helfen? Ja. Er müsste dann halt Feuerschutz geben, ne? Ganz kurz, ähm, die Raketen, ähm, die 30, die 30 Millimeter geschossen, kommen nicht sofort an, also ziehen ein bisschen vor. Ja. Yeah, da hinten. Die muss weg. Warte, wir kämpfen kurz hier oben. Was? Achtung, schnell, schnell, schnell. Das wär jetzt bitter. Ha, ha, ha. Ho, 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 ho. Ich will keinen Baum mehr küssen. Aber ein Werf, oder? Nein, und auch kein Hügel. Und auch kein Haus. Und kein Fels. Alter, alter, hoch, hoch, hoch. Da hinten, 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 links. Wir werden angeschossen. Der ist nicht mehr eingezeichnet, der Rödenbock. Ja, geht denn die Mission noch, ey? Normal müsste bald vorbei sein. Von einem Soldat spackt er richtig rum. Der kommt ja gerade raus, wenn... Echt? Ich hab nichts. Der ist jetzt gerade ein Konflikt von übergefallen. Eigentlich wär's cool, wenn du... Oh, da hinten kommen wir, schau. Ganz viele Soldaten. Verboten. Andere Seite. Es wär eigentlich cool, wenn ich deines Sicht auch rette, dann könnte ich die so rechts oben ins Bildeimern machen. Ja, ich hab wohl leider keinen Satz. Oder sonst würde ich uns auch noch kommen. Es gibt ja noch andere. Das war Kempel. Alter, die Leiche. Boah, mir krieg ich schon mal mal was ab. Merkt man. Oh, der da. Okay, da hinten. Einmal nachladen, bitte. Und jetzt alles rein, was geht. Schnell, schnell, schnell. Down. Ich glaube... Ich glaube... Okay, das ist nur ein BMP. Menschenskinder, wenn... Wenn... Die BMP sind da verflott. Nichts im echten Leben, oder? Nein, halt, sie sind... Ja, hier im Spiel wendiger, finde ich, als Panzer. Aber halt, natürlich, so viel aus. Klar, ist doch so. Ich meine, es ist ein Schüttenhalt im echten Sinne, das ist halt Schützenpanzer. Ja. Benutzt du eigentlich Funk, oder was benutzt du für eine Maus? Äh... Sollen wir auf dich schießen? Kabel, okay. Also... Weißt du, wenn jetzt das ausfallen würde? Ohohoho. Ich mache jetzt keine Werbung für die Marke von Dachy Lab, aber es ist eine recht bekannte. Und heißt... Und heißt auf Deutsch, glaube ich, Rasierklinge. Razer. Keine Werbung. Wir sind nicht Mediacraft. Let's Players sind eh nicht bei Mediacraft. Scheiß drauf. Schieß noch die Hütte zusammen, komm. Hilf mir. Noch ein paar geile Effekte den Zuschauern zeigen. Power of Frost by Tune. Ja, plus treff die anderen Helis nicht, sonst haben wir noch verloren. Das wäre bitter. Ich habe nämlich vorher auf die Helis geschossen, wo sie gekommen sind, weil ich mir gedacht habe, die gehören nicht zu uns. So, wir haben es geschafft, glaube ich. Yay. Und die Folge ist, glaube ich, relativ lang. Yo, auf weiter. Wir haben in etwa 25 Minuten knapp, würde ich sagen. Exfiltration. Okay, ich würde sagen, da wir jetzt heute schon relativ viel mit Aufnehmen beschäftigt waren, auch mit Niederlagen und so weiter. Also mit Niederlagen und Rückschlägen in Bezug auf Abbruch und so weiter. Und auch durch Versagen unserer eigenen Fähigkeiten, würde ich sagen, dass wir jetzt hier einen Aufnahmestopp machen, oder? Also, es reicht mir eigentlich jetzt. Also, ich könnte eigentlich noch eine Mission. Du könntest noch. Ja, dann machen wir noch eine Mission. Mir ist es egal. Die geht auch noch, aber bei nächsten war es damals Bucky und da konnte ich nicht weitermachen. Die können wir noch machen, auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr es zeigen, mit den üblichen Mitteln. Ihr kennt das ja. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.